Musik 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 Geht das? Okay, let's go, made by Welcome to Jump Map Müssen wir viel jumpen? Ja, wir müssen viel jumpen Let's jump, bro Hold up one Nein Scheiße Bist du Das ist grad zu witzig Oh, das ist witzig Ja, bin ich sicher Ich kann nicht mehr Nein Der hat dir so ein Schild eingebaut Mal ehrlich Leute, die Bilder mögen Wieso springst du? Springst du gar nicht? Doch, aber er springt zu früh Bro Digga, alter, alter Digga So, ein Spring Map, das muss ja eigentlich mein Ding sein Schläge Okay, wohin müssen wir jetzt? Oh, das ist eine Sprungschance Oder auch nicht In der Hafts Da hast du aber die Haftkarte Du grünes Ding Du grünes Ding, wir sind Schaffen Und was müssen wir jetzt da machen? Oh Hallo Ich bin ganz dicht hinter dir Oh, das ist eine geile Map, ey Feuer! Ach komm schon Lass mich raten, wenn man einmal irgendwo gegeneckt ist man wieder ganz am Anfang Im Endeffekt ja Boah, geil Ich bin definitiv zu gefallen Nein Alter Ich war fast direkt hinter dir, Frischos Das ist ja einfach Und Saft, ey Oh, mein Handy ist raus, naja, schläft ja sein Das wird noch witzig für uns beide, Digga Ich hab das, ja Ich muss los Ich muss los Digga, raus! Digga, raus! Jetzt spring ich schon mit, ey Jetzt spring ich schon mit, ernsthaft Ihr habt mal im Zugucken mitgesprungen gerade Alter Gott, was muss ich da tun? Und ich muss über dich brechen Nein 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 Digga, komm schon Digga, komm schon Jo, wie geil Und jetzt springt er am Loch vorbei Nein, macht er auch Guck's dir an Nein Oh nein 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 Huh Wie geil Wie geil Oh, Karten, das ist cool Eigentlich unlogisch Wie Karten Klappt das Nein So Ein oder andere Loch treffen da unten Ja, das ist schön Egal Ich hab ja noch Einige Versuche Jo Eine Mucke hast du noch Eine Minute hast du noch Eine Mucke Ja Eine Mucke? Eine Mucke Ich hab mehrere Mucken Ich mag Mucken Wer hat eigentlich das Klo da auch in den Weg gestellt? Entschuldigung Naja, dieses Holz Holzhaus ist ein Klo Ich frag mich eher immer noch, warum das, ähm Die Bank da brennt Weil da Feuer ist Ja Ja, ich glaub Logischerweise, aber Zirkus Warum ist da Feuer? So, jetzt hab ich's Zirkus Weil's jemand angefeuert hat Zirkus Ja, aber wie ist das Ungefeuert? Das ist Zirkus Okay, das wird witzig Wieso bin ich Oh What? Wer war das? Ich glaub ich Nein Aber Das ist ne Auto Map Also ne Map die Ah Ja, das merk ich jetzt auch Das ist ne Auto Map ist Jetzt weiß ich nämlich warum ich Hä? Warum fliegt man da raus? Na, komm schon Warum fliegt man da raus? Was hat's definitiv besser als wir gerade? Warum fliegt man da raus? Ah Hupser Hupsi Nein, 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 nein Pupser Pupser Echt jetzt? Jo, Pupser Nein, ich Ja Ey Ja, die Map ist Ein bisschen frickelig Bisschen? Ne, die geht eigentlich Die ist recht einfach da eben Also die Scheiße Das Loch ist gut Hä? Das Loch ist gut Das Loch ist einfach Weil du's jetzt sehr So gut geschafft hast Ihr müsst über das Ding rüberspringen Am besten Ja, ich versuch's Ja Ne, ganz oben drüber Übers Dach Nein Und? Wieso bin ich jetzt zurückgesetzt worden? Über das Dach Sio 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 Mein Herzblatt Mann, du ertäusch Wieso? Du darfst nicht gegen die Kante kommen Ja! Inwiefern soll ich... Geschafft Ah! Du darfst nicht gegen die Kante kommen Wieso? Was ist das für blöde Regeln? Spring Spring da rüber Übers Dach Oh, Leute Egal Du hast so wertvolle Tipps Da kommt man nicht rüber Da kommt man nicht rüber Doch bin ich gerade Aber es hat trotzdem nichts Wieso nicht an die Kante kommen Ah! Spring! Oh, dann muss man springen! Ich dachte das wäre eine Sprungkantschanze Entscheiden Nee, ich sag doch die ganze Zeit Nicht gegen die Kante Du Dann hättest du das vielleicht mal genauer sagen sollen Das ist keine Kante Nicht gegen die Kante Was gibt's denn da genaueres zu sagen? Wo darfst du vielleicht gegen die Kante kommen? Wo zum Beispiel die Kante ist? Die Kante Die Holzkante ist nicht das Problem Nicht die Holzkante Die grüne Kante dahinten Da ist nur eine einzige Kante in dem ganzen Ding Nein, das ist schlecht If you know this later Juhuu Vince, bis hierhin bin ich gekommen Ich dachte du meinst es ist die Seiten Was auch Kanten sind Dann hätt ich ja gesagt Hier, pass auf die Banten auf Nicht mit Bannen, der Junge Äh, whatever Ja, was du eh? Ja, die! Hammer, Alter! Ja, aber... Ja, ne Jetzt nicht gegen die Kante Pass auf! Oh, da hat das erwischt Du mit deinen Kanten, Leute Das ist ja nur die eine Kante Leute, guck doch Wir stellen mal vor, wir beide sind Nein, das ist nicht zum letzten Mal Gehen da hinten hin Schlagen die in den Bar Aus aller Mühle Seht ihr noch eine andere Kante? Ja, perfekt Siehste Nein! Nein! Ja, das war auch mein Problem Acht! Egal 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 Jetzt sieht das Ganze sowieso aus So, jetzt machst du es Achso, bist raus Ja Achso Alle drei Egal Na ja, was soll's Okay Hit strong Okay Wieso? Du strong Aber ich hab doch strong gehittet Ich weiß warum Ich weiß warum Ich hab zu strong gehittet Yes, yes Yes, yes Bördy Pah Pah bin ich Wir müssen nach da oben Ja, das ist mir klar Okay Das ist mir klar Das hab ich bemerkt Ja Ich hab nicht nur hintergehen Dass es dir klar ist Jo, da war ich immer auch Aydaria Ja, ich, ähm Ich dachte, ich mach hier einen Sonderflug Einfach um zu zeigen, so sieht es aus. Willkommen beim Sonderflug von Adaria Air. Wir überfliegen heute die Map. Es sind nicht große Turbulenzen zu rechnen. Das Winter ist 40 Grad, bla bla blub. Hello and welcome to Adaria Airlines. Unsere Stewardessen werden jetzt über die... Bitte kotzen Sie nicht in die Wege. Genau. In die Wege? Ja, in die Wege. Ach so. Entschuldigung, in die Gänge. Komm doch mal in die Gänge, Junge. Nö. Wenn Sie jetzt vor sich in die Schatulle gucken, da liegen drei gelbe Äpfel. Nein. Warte, was? Nein, nein, nein. Wieso drei gelbe Äpfel? Oh Gott sei Dank. Drei weize Tauben. Igel. Rischischer Wein, das ist das Blut der... Nein. Hört auf zu sehen. Ja, ja, ja. Zu weit. Warte kurz, muss ich mal... Ich glaube, ich muss... Ich hatte einen Igel. Und ich bin... Hat geschmeckt? Ja, war ein bisschen stachelig. Amig. Amig. Ja, komm. Yo, Digi hat's. Ja, aber erst im vierten. Ja, war ein paar. Ja. Boah. Guck. Guck. Wie ist das so eine blöde... Huckel. Egal. Guck. Guck. Und zu weit. Wie hat's geschüttelt? Wie hat's geschüttelt? Wie hat's geschüttelt? Nicht gerührt. Guck. Warte, wie hat's geschüttelt? Wenn... Wenn... Ja, eigentlich nicht kalt ist, aber du trotzdem so ein... So ein leichtes Schütteln hast? Schon oft. Ich nenn das immer... Ziemlich oft. Ich nenn das immer Schwing dein Ding. Nein, das ist was anderes. Also... Das wird bei ihr aber schwierig. Hm? Na, egal. Das wird bei mir schwierig. Harte kurz, was? Das hattest du doch gesagt, oder? Ja, das hatte ich gesagt. Okay. Korrekt. Gut. Nicht, dass ich jetzt... Nö, 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 nö. Da hast du schon vorher richtig verstanden. Nö, nö, nö. Ja, komm schon. Sio, 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 Sio. Mhm. Hattest du dir jetzt die Beta runtergeladen? Ja. Äh, schon heute Nachmittag, also. Ja, ich... Ich wusste es nicht. Also, ich... Ich werde sie dann jetzt das dritte Mal mit euch spielen. Warte kurz. Ich hab's noch nicht mit dir gespielt. Nö, nö. Also, ich hab's am... Oh Gott, Freitag hab ich zwei Runden allein gemacht. Was machst du da, Alter? Ja. Gestern hatte ich im Stream gespielt. Da wollte eigentlich, äh, Kaya noch dazukommen. Wurde dann aber doch ein bisschen später. Durch... Ach, da muss man hin. Durch... Ach, da muss man hin. ...gründe, die... Ein... Gründe. Scheiße! Nein! 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 Was willst du sagen? Äh, ja. Auf jeden Fall hab ich dann gestern noch ein bisschen gespielt. Und das ist... Es ist echt cool. Es ist echt cool. Äh, ist das da mit den neuen... Monstern? Scheiße! Nein! Ich bin rausgetappt. Ist das da mit den neuen Monstern? Ja. Also, ähm... Wird ja jetzt... Also, ne? Später ist ja damit... ...auf Box getestet werden kann und so. Oh, ich verhugere schon wieder. Ähm... Ist auf jeden Fall mit dem neuen Killer. Zwei neuen Charakteren. Ich glaub, der Killer ist Nemesis. Jo. Aus dem dritten Teil. Äh... Ist nicht Mr. X. Mr. X sieht anders aus, hm? Nein! Ich weiß gar nicht. Nemesis kommt im... Zweiten? Ein Teil nicht vor. Das ist Mr. X. Echt? Okay. Ja, und äh... Mr. X hat diesen Hut auf. Und Nemesis hat diese Fresse. Die... Mit den... In blösten Zähnen. Ja, ich... Ich hab Resident Evil, äh... Die ersten drei Teile nicht gespielt, deswegen. Ich auch nicht auf euch. Ich hab mir... Sehr viele Videos angesehen. Ich weiß den halt nur aus dem... Aus dem Film. Ich war noch... Eher bei einem Film. Bei Nemesis kommt ja auch... Äh... Im Film dran vor. Und wie sieht der da aus? Äh... Also... Eigentlich genauso. Ja! Also auch mit so... Na Fresse, wo... Das Zahnfleisch fehlt. Ja. Nicht das Zahnfleisch, sondern... Ja. Äh... Die Lippen. Ja. Okay, vergiss es. Auf was warten wir denn noch? Na kurz, ich kann ja... Vergiss es. So. Surrender hole. See you gave up. And there's no shame in that. Cattenhorn one. Das ist cool. Ja, ich weiß noch nicht, wie es... Nein! Mit einer Menge Fantasie vielleicht? Wie soll meine Daher durchkommen? Du musst durch... Mit einer Menge Fantasie. Ja! Das weiß ich, dass ich durchs Loch muss. Okay, warte. Deinsam... Nein! Da komm ich nie rüber. Ah! Nein! Danke! Nein! Oh! Oh! Nein! Das ist ein scheiß Loch. Das ist ein scheiß... Kleines mini Loch. Was zieht da rein? Ist das so still? Oh! 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 Hallo! 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 Hallo, hallo! Hallo! Kann gute Menschen sehen? Wer kann mich denn jetzt hören? Ja, die Frage würde ich jetzt auch gerne. Theo kann Aydaria und den guten Frisches hören. Das ist gut. Lasst uns mal alle durchziehen. Ich bin eins! Zwei! Drei! Wieso bist du eins? Diggi fehlt! Diggi? Bist du das gerade? Ja, ja, ich... Wir müssen uns mal durchzählen. Ich bin eins! Wieso bist du eins? Weil er immer gewinnt, der Angeber. Und er versucht immer zu gewinnen. Er gewinnt nicht immer. Aber er geht immer davon aus, dass er so toll ist. Da fehlen immer noch zwei. Zwei, habe ich doch schon gesagt. Eins! Zwei! Eins! Okay, drei! Diggi fehlt noch! Hey, das war eine... Hey! Was denn? Ich habe gerade eine coole... Ja doch! Du bist auch da! Du musst doch die Zahl sagen! Du bist die vier! Äh, vier! Ja! Oh, da ist ein kleiner Minenwagen! Oh, das ist niedlich! Das ist so süß! Nein! 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 Du bist so süß! Wie meine Füße! Wie meine Füße! Ich glaube nicht, nein! Wie die königlichen Füße! Nein! Ich glaube nicht, nein! Ich glaube nicht, nein! Komm, das war doch jetzt pro Absicht hier! Das meine Kündiglichen Füße nicht süß sind! Nee, das hier, das genau was hier jetzt gerade passiert ist. Bro! Bro! This dude! Alter! Mein Mann! Mein Digger! Mein Mann! Mein's the guest, please! Mein Woman! Mein Guy! Okay. Upsi. Da hab ich gleich verkackt. Das war mein Fehler. Willst du zuerst? Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank. Da war es zu viel. Das ist scheiße. Come on, come on, come on, baby. Ready? Ja. Okay, das wird, wieso werde ich wieder rausgeschlugen? Oh! Oh. Hallo. I believe I can, okay, ich fall runter. I believe I can fall runter. Okay. Das ist definitiv nicht meine Map, aber hey. Und dann hier unsere Waschtrockner-Geschichte hin. Ähm, Trockner-Familie? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Hey, erinnert ihr euch noch an die Mario-Map, die wir mal hatten hier? Ja. Ja, die war super. Die kommt bestimmt bald wieder. Ich weiß, ich weiß noch nicht wann. Ich geh ja jetzt die komplette Reihe nach. Was? Ich geh ja meine kompletten Maps gerade durch. Von unten nach oben. Achso, du hast noch keine neuen gedownloadet, oder? Bisher nicht, nee. Bisher nicht. Ah, cool. Das heißt, dann können wir irgendwann wieder von vorne anfangen. Einmal das und zum anderen kann ich dann auch wieder neu runterladen. Ich wollte jetzt nur erstmal mit euch alle durchspielen. Damit ich einen kleinen Überblick habe. Über die Qualitäten. Stop going to the gyms. Und was man gespielt hat und was nicht. Stop going to the gyms, Zirka? Was ist das? Was? Was? Da stand da irgendwie. Ja, ja, aber... Ja, ich hab keine Ahnung. Ich schätze mal, wir sollen da springen. Ah. Ah, komm schon. Blow, du bist schon. Tschüss, Luis. Verdammt. Nein, 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 nein. Verdammt. Also ich warte so lange, bis ihr durch seid. Guter Plan. Ist schon wieder da. Einmal. Da einmal. Geht doch. Okay, wir müssen jetzt da hoch. Das ging einfach. Und jetzt müssen wir durch über den Wasserfall. Hinter dem Wasserfall. Witzel. Wir müssen das ver... Woher kommt eigentlich diese Idee des Geheimnisses hinter den Wasserfall? Es kommt doch 100 Pro aus irgendeinem Film. Geschafft und eingelocht. Yes. Komm schon, Eilaria. Das wird nichts. Oh, fuck. You can do it. Das wird nichts. I believe in you. I believe in you. Das wird... Pass. Da komm ich niemals rüber. And only thanks to because I believe in you. I believe in you. Schwimmen. We all live in the yellow submarine. Hey, yellow submarine. Hey, yellow submarine. Ich warte auch heute zur Schwimmen. Es wird nichts. Ich dachte, Digi, was geht da? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Er ist ganz schön weit weg geflogen. Ja. Digimon. Digimon. Er fliegt weit weg. Sucht Monster weit und breit. Ohne Angst schnappt er sie sich. Er ist... Er weiß, es ist so weit. Nein. Digimon. Er kommt nie ins Loch. Du kannst ihn sehen, Alter. Meine Uhren bluten. Taya Larker, er hasst den Pink Fluffy Unicorn Song. Hoppla. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Reef. Okay, hier auch. Nein. Okay. Schließfächer, Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Was ist das eigentlich? Ein Schließfächer-Werbespot? Das hört sich so an. Das ist tatsächlich kein Werbespot. Das ist schon irgendein Festival. Jo, Festival in Belgien oder so. Und da gab es Schließfächer, Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Da wurde ein Remix draus gemacht. Super, super sicher. Ein Hirschmix. The Great Art. Ey, ihr hättet ins Loch gehen müssen. Ach so. Fresse dahin. Ich dachte, wir sind bei Dead by Daylight. Nein, nein. Was? Was war das denn? Alter. Die einfachsten Sachen kriege ich nicht hin. Nein, 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 nein. Vito. Ah. Wunderbare Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Okay, wie macht sich das? Jo. Ihr müsst warten, bis die Lore da ist. Okay, wir warten, bis die Lore da ist. Yep. Wunderbare Schließfächer. Oh, oh, okay. Das wird witzig. Ach du Grüne, du neunig kriegst doch nicht mal so hin. Schließfächer. Man kann ja alles abschließen. Okay. Jetzt kommt deine die. Nein. Nein. Nope, klappt nicht. Nicht so. Schließfächer, Schließfächer. Schließfächer. Und welches muss man denn? Ähm. Ist das egal? Ich glaube, also ich war in dem Zweierwagen war ich drin. Ach so, ich muss warten, bis die Lore da ist. Das hat sie gerade eben gesagt. Ich wollte gerade sagen, das habe ich doch gesagt. Nein, hast du... Ja, das hast du schon gesagt. Aber ich wusste nicht, wie man da... Was du da genau damit meinst. Du hast nur gesagt, dass du das anwachsenst, aber nicht in welchem Kontext. Ich dachte, du wärst schon mal da... Ich wüsste nicht, dass ich in die Lora reiten muss. Ich dachte, die Lora wäre möglich, es mir da hochzukommen. Äh, nee. Oh, boi. Ich meine, das wäre schön gewesen. Aber... Davor. Wie geil war der denn? Habt ihr das gesehen? Nee, leider nicht. Nee. Wie geil war das denn? Die war schon fast am Ring hinten. Da bin ich reingesprungen von ganz weit hinten. Okay, spawne jetzt mal die blöden... Ah, der kommt da. Das war Zufall. Das war Zufall. Ah. You know what. Das war Zufall gerade. Ah. Ich wusste gar nicht, dass da hinten auch ein Loch ist. Und was ist das? Was ist das ein... Das ist so... Nein, fast! Ist das ein Hund? Nein! Was soll das sein? Das soll ein Schwein? Ich glaube, es ist eher ein Schwein. Weil wegen dem Rüssel und so weiter. Sag ich doch das Schwein? Ja, sag ich doch. Ich wollte zustimmen. Ach so. Ich wollte nicht deine Idee klauen. Keine Sorge. Du... Da machen wir keine Sorgen. War doch eindeutig. Die Ging ist der geilste. Die Ging ist der geilste. Warum? Nein. Du kannst locker einfach dein Ding. Egal was sie war. Ja, Leute. Da rufst, da rufst, da rufst, da rufst, da rufst. Da rufst, da rufst, da rufst. Die Meck ist gar nicht schlecht. Die macht Spaß. Das freut mich wenig, dass einer Spaß hat. Die macht Spaß. Die macht Spaß, Junge. Hab ich jetzt verstanden? Ey. Nein. Da hat mich jemand angebumst. Davon hier liegen noch nie. Oh, äh, oh, äh. Hui, es geht hoch. Woran geht's eigentlich? Mir wird schlecht. Ach, du grünes Ding. Verstehen, verstehen. Ah, buddy. Ah, jetzt zu wenig. Viel oder zu wenig. Es ist schön, dass jetzt auch die Mauer direkt dahinter ist, dass man auch nicht sieht, was das verdammte Ding ist. Sehr schön gemacht. Du kannst auch rauszummen, das weißt du, oder? Das ist wunderbar gemacht. Ah, ja, stimmt, danke. Wunderbar, wunderbar. Golflöcher, Golflöcher, wunderbare Golflöcher. Oh, jetzt bin ich auch schon. Wie geil, warum kommst du nicht auf sowas? Hä? Wie kommst du überhaupt auf sowas? Das war voll geil. Was? Mit Golflöcher. Was? Hä? Golflöcher, Golflöcher. Wie haben wir ein Roling geschafft? Da war eine Abkürzung. Oh. Da war ein Tor. Ah. Wie geil. Jo. Hast du auch getroffen, oder was? Ja, ich auch. Ja, nice, 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 alter. Nice, nice. Warte, verstehst du, seid schon hier fertig? Ja. Boah, seid ihr schon fertig? Frage, Frage, wie die... Ach, da ist das Tor. Jo. Ja, geil. Du und ich, wir sind ein tolles Team. Oh, Zufall. Logen, Digga. Okay. Du und ich, wir sind ein tolles Team. Oh, scheiße. And the stairs. Stairs? Oh, das. Oh, die stairs. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. I know my guy. So, das ist so dieses... Kennst du dieses eine Bild, wo es so aussieht, als ob die Stairs nicht enden? Das ist so eine Anspielung darauf. I hate you. Wen, mich? Nee, das Kackloch hier. Ach so. Come on. Geh da rein. Oh nein. Oh nein. Das war so gemein. Das war so gemein. Die Fackeln sind cool. Ah, eigentlich. Da ist er drin. Merk ich gar nicht. Mega geil eingelocht, Alter. Haben schon sie, Jo? Zu kurz. Komm, spring rein. Ah, schade. Komm, spring rein. Was? Come on, spring auf, Baby. Spring auf. Wie, bist du noch nah? Der konzentriert sich so. Ach so. Oh, da wirst du rausgetrieben. Oder? Ja. Das ist wahrscheinlich. Ah, schade. Yeah, I go down. Come on, jetzt. Uh, das sieht gut aus. Endlich. Also, wenn ich bei 10 nicht schaffe, dann gebe ich das Loch wieder auf. Okay. Look closely. Look closely. So, da hinten ist es noch. Da hinten ist das Loch doch. Ich warte lieber. Oder ist das gar nicht das Loch? Nee, ich wüsste es nicht. Ah, das ist bei den Stufen dazwischen. Was? Okay. Gemein. Ah, alles klar. Ich seh's. Oh, das war so weit. Wo bei den Stufen dazwischen? Genau in der Mitte. Ist ein bisschen. Immer mit, oder, Karjo? Wenn ich es richtig gesehen habe? Ja, müsste mittig sein. Ja, also ziemlich. Was? Ah, ja. Okay, ihr könnt euch jede Stufe durch eigentlich. Was? Ihr müsst einfach auf die Stufe. Ah, ich seh's schon. Oh boy. Das wird witzig. Ich bin natürlich hier unten gelandet. Ich bin genau in die richtige Lücke von den Stufen gekommen. Das gibt's ja nicht. Ich seh's gerade im Stream. Und da kann man da reinrollen. Das war pures Glück. Pures Glück, ey. Und ich dachte noch so scheiße, scheiße, scheiße. Irgendwas stimmt mit deinem Spielstil nicht. Das war ein Zufall. Doppst du etwa? Doppst du? Heute nicht. Wie viele Hörner-Whisky hattest du schon heute? Gar keinen. Ich hatte eine 50 Flasche. Was ist eigentlich so? Ich hab noch gar kein Alkohol getrunken heute. Ich hab mir noch den Kaya stehen, den hab ich mir gerade eingeschenkt. Tränke Osa. Ja, den Kaya, den du letztes Mal getrunken hast, Kaya. Ich trink doch keinen Kaya. Den du was Kaya gemacht hast. Was ist der Kaya? Vodka. Kaya. Moskows Kaya. Das ist Wodka. 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 Felsquell. Wasser aus dem Wodka. Wodka. Das ist Wasser mit Geschmack quasi. Ich weiß, was Wodka ist. Das ist so, wie wenn du dir das super bleifrei direkt aus der Zappsäule holst. Warum soll ich dich das tun? Wollte ich nicht. Ah ne, lieber E10. Das ist aus Kartoffeln. Warte kurz. Das ist aus Kartoffeln. Wir reden jetzt aber nicht davon, es zu trinken, oder? Also es ist zumindest Bio und da. Boah, was? Wir reden aber nicht davon, es zu trinken, oder? Doch, doch. So. 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 Nein. Nein. Roboter. Ach, scheiße. Das ist ja gemein. Was war das denn? Irgendeiner ist gegen mich gebumst, obwohl ich nichts getan habe. Ich war alles schon. Achso. Ist das nicht so? Ist das nicht meistens davon? Du tust ja nie irgendetwas. Ja, aber nein, dies war lange hier wirklich nur. Dies war lange hier wirklich. Ja, ja. Wer hat das wirklich? I'm not playing here. Bin ich irgendwie festgebackt. Okay, das ist ein gemeiner. Ey, ich hasse diese Welt. Ich hasse diese Welt. Nee. Okay, das gilt auf jeden Fall einen Daumen runter von mir. Ich hasse diese Welt. Das gilt auf jeden Fall einen Daumen runter von mir. Riecht er dir hinten? Nee, das ist mega nice eigentlich. Ja? Jo, hast du es geschafft? Sehr geil. Nein. Ja. Nein. Hey, wo muss ich denn da hin? Ähm. Ja. Hoch. Ah, xx. Also zweimal, einmal nicht, einmal, zweimal nicht. Oh Gott, das ist aber schwierig zu merken. Nein. Was? Leute, ich bin Hauptschüler. Was? Was will mir neu? Egal. Ich glaube, das wird nichts. Mit den Lochen. Mit den Lochen. Nein, 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 nein. Mit dem Lochen, nee. Das Loch ist einfach für mich nein. Ah, ich habe einmal, einmal hätte ich nicht springen dürfen. Ah. Ich habe aufgegeben. Also, ich kann sowieso es nicht mehr schaffen. Also. Also zweimal jetzt springen. Nein. Einmal nicht springen. Alter. Einmal nicht springen. Ah, scheiße. Man hätte springen müssen. Was hast du gesagt, Diggi? Nicht aufgeben? Nein. Habe ich doch schon jetzt aber. Achso. Ich habe schon auf die Klasse gedrückt. Springen. Einmal. Zweimal. Nicht springen. Oh, leckrig. Springen. Springen. Nachmittag hätte ich nicht springen dürfen. Manche Maps mag man einfach nicht. Nein. Und das ist eine für mich. Okay, das ist echt schwer. Manche Kurse. Man kann ja gar nicht abbrechen. Nee. Du kannst dein Surrendern. Du kannst dann jetzt zum Menü gehen und sagen Surrender Hole. Dann gibst du auf. Ah, okay. Ich bin eh durch. So, letzte Schlacht jetzt. Letzte Schlacht. Luna trainiert landen. Viel Spaß dabei, Luna. Okay, das war's. Ah. Warte, sie trainiert landen. Ja, sie spielt einen Flugsimulator. Ah. Okay, also sie trainiert nicht die Mondlandung. Nee. Hä? Oh, das ist eine böse. Böse, böse Spinne. Wie soll ich denn das treffen? Wie soll ich denn das treffen? Mit einer Menge Fantasie. Ach, let's me doch am Marsch. So. Let's me doch am Marsch. Hier noch eins doch. Diese Map. Nö. Einfach nur nö. Nein, danke. Ich spare mir jetzt lieber den Stress, als dass ich es jetzt versuche. Juhu. Nein. Was? Juhu. Nein. Was? Wieso hängst du da? Oh, du hängst da jetzt. Was? Ja. Ich guck, ich mach mir so ein... Ich guck, das wirst du mir gerade auf eine Idee gebracht. Mach mir so ein T-Shirt. Juhu. Nein. Was? Ja. Hey. Das kommt dann als Merch. Genau. Juhu. Nein. Was? Ja. Nicht, dass der Frutsch aus heute Abend schlecht schläft. Warte. Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch. Wieso schlecht schlafen? Das heißt jetzt, Juhu. Nein, was? Juhu. Nein, was? Ja, wie geil. Oosa. Davon brauchen wir dann aber auch ein Merch. Oosa. Ich habe doch nicht gewonnen, oder? Ja. Und bei mir könnte dann Wotte Schnitzel ein... Oder Oh Boy, oder so. Oh Boy. Haha, Oh Boy. Oh Gott. Immer noch gut? Ja. Ja, immer noch unheimlich. Gut vielleicht nicht, aber gut. Jo. Gut vielleicht nicht, aber gut. Ja, nein. Was? Oh. Ja, aber nein. Aber nein. Ja, nein. Was? Nein. Was? Wie witzig. So witzig, warum, wenn ich frage, der dumm. Ich schlafe nicht schlecht, Stevio. Kein Stevio. Ist das eigentlich richtig ausgesprochen? Nein, ich schlafe nicht schlecht. So. Stevia. So. Das könnte auch Steve-O heißen. Steve-O. Ey, Steve-O. Steve, Steve, Steve. Steve, Steve, Steve. Das ist ja gar nicht Steve. Das ist Steve-O. 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 Ja, ich tat mich drauf. Ellen. Ich tat mich drauf. Steve, 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 Steve. Das ist Steve, 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 Steve. Ah, nein, das ist ja gar nicht Steve. Ellen, Ellen, Ellen. 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 Die Ellen-Show. Doch, ich bin schon wieder bereit. Ich gehe einmal ganz kurz pinkeln. Nein, es ist nicht. Ja, genau der von Jackass. Ah, da sind wir Spiele. Also bis gleich. Jackass. Ja, habe ich auch mal gesehen. Okay, ähm, letzte Golfit-Map, würde ich sagen. Echt? Naja, 1930. Ich habe mich gerade erst eingespielt. 1930, so erst 1905. Ja, aber wenn wir, bis wir da fähren. Wie erkläre ich den nochmal? Es ist 1907. Nach meiner Uhr. Und bis wir hier fertig sind, ist es schon halber. Ich habe es 1909. Ich würde mich sehr wundern, wenn wir es unter 15 Minuten schaffen würden. Wie wundern wir jetzt? Ne, die X-Schleuder, yo. X-Schleuder? Ja, wir sind hier im Chat nebenbei. Wir sind hier aktiv. Der Stevie, O und ich. Wie geht es eigentlich? Geht super. Achso, Cleo. Ich weiß gar nicht, wo die gerade ist. Es ist 1908. Wissen Sie, wo ihr Hund ist? Da, da, da. Da, da, da. Du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht. Oh. Okay, jetzt mal ernsthaft. Wo ist dein Hund? Zieh doch einfach mal. Cleo. Cleo. Cleo, wir fahren nach Latsch. Das ist ein Kater. Hast du den Hund gesehen? Hast du den Hund gesehen? Nein, der liegt bei Eidarianbitt. Ach, du hast den Hund gesehen, oder was? Guck mal, Hund am Stuhl. Nee. Und am Stuhl. Hund am Stuhl. Ich wiederhole, Hund am Stuhl. Guck mal. Was der Hund am Stuhl? Der Hund hat Stuhl. Der Hund hat Stuhl. Da war ein heftigen Stuhl. Eieieieiei. Riecht aber eher an der Arsch. Oh. Oh, hier, breit. Ich habe alles. Ich warte nur auf Eidarian. Oh, ich kriege einen Kuss. Warte, was? Hui. Niemand warte nur auf einen Kuss von irgendwen. Mein Gott, frisches Kind wie sie. Was ist da los? Ich kenne frisches Kind wie sie. Hier, sag mal was. Eidaria, du bist gerade zu Gast bei Eidaria. Hallo. Ich bin Gast bei Eidaria. Oh, mein Gott, das ist ja unheimlich. Wie macht ihr das? Ich saugt sie immer. Hexerei, verbrennt sie. Ui. Ich hole mal meinen Flammenwerfer. Nee, warte mal meinen Namen. Was, du? Du hast einen Kusserei hier, du. Und einen Pflaumenwerfer? Was ist das denn? Nein, ein Flammenwerfer. Ach so. Einen Pflaumenwerfer? Ich meine, Pflaumen haben, glaube ich, nicht so die Wirkung auf Hexen. Da müsste ich meinen Knoblauchwerfer holen. Oder Kartoffeln schmeißen, wie bei Widget. Ja, oder das. Das sollte auch helfen. Äh, Eidaria, bist du bereit? Gleich. Sie geht gerade runter. Ich hatte gerade draußen die Treppe runtergehen sehen. Ach so, na dann. Hoppi, Galoppi, hoch jetzt ist sie hingefallen. Oh, nein, sie bewegt sich nicht. Sie bewegt sich nicht mehr. Oh. Oh, wir müssen ohne sie weiterspielen. Kickt mal jemand den Host. Hallo? Nett. Habt immer mal einen Köter im Griff, der in meinem Bett gelegen hat, obwohl es nicht in meinem Bett darf. Oh, komm schon, das ist niedlich. Der Köter hat nichts in meinem Bett zu suchen. Oh, hey. Ich lass Frutus auch nicht in meinem Bett. Nicht? Doch. Come on, come on, come on. Das hört sich nicht nach einer gesunden Beziehung an. Doch klar, sie ist mehr gesund. Ich hab hier unten eine Kette, wo ich dann immer dran ziehen kann. Äh, okay. Ja, dann macht er das. Ja. Bing, bing, bing. Wie bei Field Gar. Field Gar? Garfield. Gar, der Kater. Garfield, meinst du? Jo, Field Gar. Field Gar? Das hört sich eher nach einer Gar-Sensstufe an. Nein. Hey, hole in one. Ja, ganz knapp. Dank. Sorry. Zwei Leuten, die da oben Scheiße gebaut haben. Ich fahr's nicht. Nee, du fahr's nicht diesmal. Danke für euch alle. Danke von euch. Danke von euch. Genau, danke von euch. Cleo, fahr's. Mich oder Frisches? Also Frisches hat ja nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast mich angebumst. Mann, Mann, Mann. Hat hier wen gebumst? Ich mach da gleich mit, Alter. Oh, bitte nicht. Ja. Hör's nicht. Alter. Deine Mutter, Junge. Oh, die auch. Die auch. Die macht auch mit, Alter. Und eingelocht. Nee, ich auch eher nicht. Und eingelocht, meine Damen und Herren. Das dritte Loch. Und das ist ein netter, großer, mehrfach Looping. Mir wird schlecht. Ja. So, knapp vorbei. Ich bin glücklich rausgeflüchtet. Nee. Also, ich bin komplett rausgeschossen. I believe I can fly. Oh, wieder ganz knapp dran vorbei. Okay, ich sehe, wo wir hin müssen. Ja, ich auch, aber ganz knapp dran vorbei. Wie war das denn mal mit Jungen frei? Wo müssen wir hin? Das Jungen frei streichen wir mal. Oh, ich bin ein Paar. Du bist aber doch gar nicht im Loch gelandet bei uns. Also nicht im richtigen, oder? Na, komm schon. Echt? Ein wenig, nur ein wenig. Ah, denget. Na, 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 na. Willkommen im Club. Ich werde mal meine Position wechseln. Ich hab euch eben überholt. Ich hab vom Startpunkt aus reingemacht. Was? Und wieder falsch. Jo. Mit dem dritten Schlag. Nice. Jetzt lieg ich ja noch beschissener als eben. Oh, boi. Sorry. Peter Baelish. Oh, bitte nicht. Nein, bin ich jetzt in der Mitte. Vielleicht schaff ich's jetzt. Yes. Nein, 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 nein. Na, doch geschafft. Ja, finally. Ich hatte schon die ganze Zeit Sorgen. Sorgen? Wir? Oh, nein. Das heißt, die Sorgen. Bleiben wir immer fern. Keiner nimmt uns den Sio weg. Sio ist super. Danke. Aber jetzt, das Dumme ist, ich kann jetzt nicht weitermachen. Also mir fällt gerade kein Reim für euch ein. Also ich müsste das jetzt eigentlich... Wir sind auch neilig. Wir sind auch neilig. Wir sind neilig. Warzenglück, alter. Wir sind auch sehr. Warzenglück. Und Nona, Suna? Warzenglück. Warzenglück. Sehr nice. Also es heißt Eis, Eis, Baby. Digi. 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 ja das seid ihr ok ich bin zweiter das bleibt aber nicht okay wir müssen nach unten für sich schon mal praktisch nur wo was jetzt richtig ist ich gehe mal das war es nicht willkommen kopf das war schon das war es auch nicht oder das mittlere loch ist es aber das hintere mittlere oder ja ja da sind da jetzt hinkommen mit einer menge fantasie alle deine wünsche wahr werden alle alle was geraucht andere aber im defekt ja ich habe drogen zu mir genommen ich weiß es ist wie habe ich das geschafft also quasi bei plus minus 0 das wie doch und wo land ich denn da nein geschafft 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 jetzt drei schläge ja 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 komm nein 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 ja 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 komponente nein 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 baby HUMAN war luigi war ja war ja ich hatte ich gerade nicht sehr hier ist ins valium ich möchte ich noch sehen ehrlich gesagt los den spaceballs ja so zu sagen das wäre space aber ich weiß was kennst du den film teilweise gesehen okay gandam style auch hier haben wir diesen sohn dieser tochter einer hunden einer hunde hunde Weil nicht, dass sich der Hund wieder in mein Bett legt. Nee, nee, die liegt da vorne. Sie hat ein echtes Hundeleben. Das hoffe ich doch. Aber wir müssen in das sich drehende Steining rein. Ach du Scheiße. Ich bin schon die ganze Zeit drauf gewagelt. Ob das drehende Steining? Jo. Bist du dann richtig stoned? Nein. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Nicht anticken, nicht anticken. Und Himmelswein, was da denn los? Ich sag's doch nicht anticken. Wer hat dich denn angetickt? Ja, der da. Der, der das gesagt hat. Fruscht war's nicht. Fruscht hat dich schon geschlagen. Ich war grad los. Nein, nein, bitte. Welche laufst du dir denn über die Leber gelaufen? Digi. Was für eine Leber? Hast du noch so einen Klumpen? Das ist so ein Klumpen. Yes, yes. Ey, da mach ich einfach zu hart. Bin ich zu weich. Ey, das ist wie bei meiner Frau. Da mach ich's auch immer falsch. Du hast eine Frau? Äh, naja. Also, er hat eine Verlobtsucht. Das gehört hier vielleicht nicht unbedingt hin. Er hat eine Verlobtsucht. Ja, aber er hat ja von einer Frau gesprochen, nicht von einer Verlobten. Das hieß doch nicht. Naja, aber vielleicht bei der Frau eher im Sinne von, hey, du bist meine Frau. Nein. Nein. Ja, 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 ja! Nein! Okay, äh, meine Damen und Herren, wir schalten zur Werbung, um den Ehepaar etwas Platz zu geben, um ihr... Boah, kack die Wand an, ey! Kack die Wand an, glaub ich's denn! Kackenstrahl, Junge! Ja, die Gefühle zu besprechen, die sie gerade haben. Äh, Spiel heißt auch Golf with Friends. Äh, nee, ist Golf with. Es gibt auch Golf with your friends, aber das besitzt, glaub ich, keiner von uns. Nope. Okay, das ist interessant. Aber, äh... Das ist gemein. Okay, ich seh schon, was die Idee ist. Aber ich glaube, es ist Crossplay-fähig. Oh! Nein, 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 nein! Nein! Das ist auch schwierig. Entweder ist es zu schnell oder man ist zu langsam. Äh. Da, 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 da. Na, 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 na! Yes, 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 yes. Ja, geschafft! Was soll man das denn machen? Ich bin oben! Nein, das war zu früh. Und da hab ich nicht genug Schwung reingepackt. Egal. Jetzt aber. Und... Mit fünf Schlägen eingelocht. Yes! Nein! Ich mach was drauf! Nein! Im ist... Im ist ganz sanft, äh... So, wenn ihr eure, ähm... Nein! Nein! Meister küssen würdet. Hm? Wolltest du das sagen? Jo? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Ich dachte, das war zu locker. Ich dachte, das war zu locker. Ich dachte, das war zu locker. Ja! Nein! Ah, okay. Scheiße! Das wird noch witzig. Ja, 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 ja... Und Altaria schafft es! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja... Digimon heißt digitales Monster. Ja, woher wusstest du das nicht? Pokémon heißt Pocket Monster. Wie geil, ey. Jetzt hat meine Kinder einen Sinn. War das eine Kindheit? Wahnsinn. Ich will dir ja keinen Druck machen, aber du bist doch Trend, dass die Sekunde. Und ich war so ein unmögliches Kind. Weil du das nicht wusstest. Digimon habe ich nie verfolgt. Digimon ist cool. Pokémon war mein Ding. Digimon, du bist dran. Pika Pika. Das ist nicht das gleiche. Das sind zwei verschiedene. Also er sagte ja Glowanda, du bist dran und dann Pika Pika. Nein. Ach nee, ich habe die gerade nachgemacht, die Jungen. Ja, aber Pika Pika ist Pikachu. Ist Pikachu, das weiß ich wohl. Ja, okay, aber wie sagst du dann Glowanda, du bist dran. Alter, ey. Man muss ja auch mal Pech haben. Das ist so, wie wenn ich zwei Lieder kurz nacheinander singen würde. Und da fliegt er. Und da bläst er. Was? Ne, das sagt man. Das ist eine Anspielung auf Captain. Amerika. Captain. Der war als ähm, der ist da und der bläst da. Egal. Oh, hier darf ich nicht. Okay, let's go. Komm schon. Oh boy. Oh, ja. Oh, das ist definitiv zu viel. Da wird Frisch ist hoch hinaus. Das ist aber ein schweres Ding, du. Er ist hoch hinaus und tief gefallen. Das ist das schwerste Loch bisher, glaube ich. Was? Wieso? Wir haben es in zwei Schlägen geschafft. Diggi sogar nur in einen. Eine Mutter schafft das in null Schlägen, Alter. Ne, Gott. Man kann keine Null Schläge haben. Man spielt aber nicht mit. Doch, wenn es automatisch geht und du automatisch in den Endeffekt bist, dann kannst du auch null Schläge haben. Das ist korrekt. Okay, ich nehme es zurück. Ja, aber sie spielt ja nur nicht mit, weil sie viel zu pro ist für uns. Was? Hä? Die Großmutter. Ach so. Die Großmutter. Die Großmutter ist viel zu pro für uns alle. Alter, leck das, leck das Nutella-Glas aus. Ich glaube es nicht, ne? Darauf hätte ich jetzt sogar ein bisschen Lust. Aber nein. Näh. Jetzt, ey! Nutella-Glas? Auslecken? Nein! Man könnte es vielleicht auslecken, aber vielleicht mit einem auslöffeln. Das ist, glaube ich, besser. Das Loch geht gar nicht. Doch, jetzt hast du es geschafft, gleich. Welcher ist das? Das ist kinderleicht. Ich bin letzter. Wegen einem Loch bin ich letzter. Bist du? Ja. Okay, du bist letzter, ja. Ja, du holst mich doch wieder ein. Du holst mich doch gleich wieder ein. Genau, wollte ich gerade sagen. Okay. Ah, das ist einfach. Nein, nicht wirklich. Ah, das Loch kenne ich. Das ist sehr tricky, würde ich so eher sagen. Ja, mach so seine Tücke. Okay. Ja, warum? Nein! Wie ist Luis? Diese Luise. Rosebud. Nein! Rosebud. Rosebud Spencer. Nein! Was ist da liegen, Baby? Ich hänge jetzt hier irgendwie in so einer Schuhe. Weit. Ist ja nett, dass du mich Baby nennst, aber... Oh, Baby, 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 uah. Das war ein kleines Loch. Nein, 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 nein. Richtig enges Loch, Alter. Was? Kacke. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Wie geil! Ah, komm schon. Entweder es ist zu wenig oder zu viel. Nein, 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 nein. Das ist doch jetzt scheiße. Bleibt da liegen, bleibt da liegen, bleibt da liegen. Meine Rede. Ja. Jo. Da passt aber auch nur ein Fall rein, ne? Oder zu viel. Oh Gott. Jetzt. Ich frage mich nur, wie die Seerosen hier drauf leben können, wenn es eingefroren ist. Es ist doch ein kleines Rätsel, würde ich sagen. Ja, nur ein kurzer Wintereinbruch, mitten im Sommer. Aber dann muss es ja von jetzt auf gleich kalt geworden sein. Ja. Das ist witzig. Nee, da kamen gerade diese Viecher, die Seelen aus Lutschen, wie heißen sie? Smeagolster aus Harry Potter. Nee, das sind die... Die Dementoren, Dementoren. Genau, das sind die Dementoren. Genau. Und dann ist da die ganze Geschichte so passiert, wie sie passiert ist. Wir müssen scheinbar... Ach nein, ist das so eine? Nein, 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 nein. Okay, man kann es sogar relativ einfach hinbekommen, wenn man... Nein, nein, nein. Ich bin noch am Startpunkt. Was? Egal. Hey, wie soll man das machen? In den... In L'E... In L'E... In L'E... Dingensrei. Ich mag diese Mette nicht, die ist voll gemein. Die mobbt mich mega, Alter. Die mobbt mich mega. Und eingelocht. Hey, Daria, wir sind beide gleich auf. Stimmt. Warum soll ich ja nicht hin, wahrscheinlich, oder? Nee, dann musst du durch das Loch... Das Loch, also das Teleporting da. Durch die Portale. Durch die Portale, meine Freunde. You see me. Du musst durch die Portale. Portale. Und äh... Oh, ich hab's geschafft. Oh, jetzt musst du da hinten rein ins Loch. Also nicht ins Loch, sondern in das Loch da. Und du musst nach unten. Du musst tiefer. Tiefer? Und... In die Erde. Du musst in die Mien von... Mien von Moria. Oh, Möhre. Mien von Moria, jetzt hab ich's endlich mal. Ich hab immer Mien des Tieres gesagt. Mien des Tieres. Ein letztes. Ey, Leute, was kackt mit mir nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich... Da hinten muss man hin. Okay, ich verstehe. Das ist... Die, die, die... Die Bahn schiebt die nach links und rechts. Ja. Nein, ist das gemein. Genau das meinte ich. Ist das gemein. So. Wie? 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 So, wir findest du da. Wer? Na, der macht was? Nein! Ist schnell. Halt euch. Nein, nicht schnell genug. Nein. Eilt euch, Hormitze. Seht mich, Hormitze. Komm schon. Werd gerade, werd gerade, werd gerade, werd gerade, werd gerade. Ah, nö. Ja, ist eingelocht. So. Wie ja. So, mit loch. Super. Ebay. Nee, super. Nee, super, ey. Witzig. Aber wir wissen, Inley, äh, Balch, äh, Barrel. Ach, pass. Ganz normal in meiner Gegend. Oh, scheiße. Wohin müssen wir, müssen nach da. Okay, das ist einfach. Sag es nicht. Oder vergleichsweise einfach. Wie, geschieht es. Hallo. Hi. Hallo. Pass auf, hier mussten wir gar nicht hin. Warte. Auch wüssten wir. Glücklicherweise. Fisch. So, vorne ist das Loch. Ey, ich hab's, der da oben war. Die Chance ist immer gut, dass das letzte Loch immer so ein Abspann ist. Muss ich eh hin. Wenn du das, was ich meine. Ein Loch, wo halt einfach alles automatisch läuft und man einfach nur den Abspann zusieht. Oh. Die Babix, Digimon. Ja, Mann. Geil, Alter, das war ein Zusammenspiel. Auf jeden Fall. Du und ich, wir sind ein tolles Team. Oh, yeah. Ja, ein Problem. Oh, geschafft. Du und ich, wir sind ziemlich intim. Ja, auch. Wollt ihr beiden vielleicht lieber heiraten? Oh, joa. Ja, ich hatte mir eigentlich nur noch nicht zu heiraten, aber frisch ist, mache ich eine Ausnahme. Hm. Oh, Mann. Raus, Bass. So, wenn ich nur ein letzter? Ja. Tatsache. Tatsache, sagt er. Das kann doch nicht so einfach sein. Ja, sie macht erst Roll-in-One. Ja, du auch. Tito? Ich aber auch. Wuschis, du bist heute nicht in Bestform. So. Hey, ich bin zweiter. Hier ist wieder der Priester. Ich bin zweiter geworden. Yay. Sehr geil. Toll, ich war kurz weg, weil... Hört ihr mich noch? Ja. Nee. Ich hatte kurz unerwarteten Besuch sein Besuch. Von deiner Katze? Eine unerwartete... Nee, meine... Oh, ich bin noch nicht letzter geworden. that quiz accounts. Ja, ich bin zweiternyt. Ich bin zweiter